Ich werde heute aus einem 100er Feierrohr, aus Zinkblech, Töpfe herstellen. Diese Töpfe bekommen eine Drahtanlage zur Verstärkung und an diesen Töpfen werde ich Böden dicht anfeißen mit einer Papiereinlage. Ich habe hier einmal eine Zeichnung gemacht, damit man das nachvollziehen kann. Als allererstes habe ich ermittelt, hier Z, das ist die Zugabe für die Drahtanlage. Zugabe für die Drahtanlage habe ich ermittelt, indem ich 2,5 mal Drahtdurchmesser, das habe ich hier gezeichnet, das ist klein d, ist gleich Z meiner Zugabe. Jetzt benötige ich die Drahtlänge. Die kann ich ermitteln, indem ich, ich habe es hier einmal gezeichnet, D, das ist der Durchmesser von meinem Topf, plus klein d, das ist der Durchmesser von meinem Draht, mal Pi. Jetzt kann ich mit dem Arbeiten beginnen. Ich habe hier hier meinen Topf zugeschnitten, die Länge und habe dann die Zugabe. Das Material habe ich geschweift und habe das so aufgestellt. Und danach den gerundeten Draht hier druntergelegt und das Material hier rumgezogen und habe somit diese Drahtanlage hergestellt. Hier sieht man, hier habe ich das Material schon komplett rumgezogen und hier werde ich das noch, ja, das Material werde ich noch rumziehen, das ist nur zur Anschauung. Hier sieht man an dem, diesen Topf, hier habe ich schon das Material komplett geschlossen und somit den Topf Schamilität gegeben. Jetzt möchte ich zum, zum Boden kommen, ich habe es hier einmal gezeichnet, ich möchte sieben Millimeter Fals haben. Das heißt, ich habe an meinem Topf sieben Millimeter Material geschweift, recht bindlich, so, habe dann diesen Topf auf ein Stück Blech aufgesetzt und konnte somit den Boden anzeichnen. Jetzt habe ich den Boden geböppelt, diese Kante aufgestellt, das sieht man hier, das ist die Wand vom Behälter, das ist mein Boden und das ist das Dichtungsmaterial. Ich habe den Boden, den geböppelten Boden, dann lege ich das Dichtungsmaterial rein, mein Papier und setze jetzt meinen Topf hier rein, so. Und habe jetzt die Möglichkeit, das Material umzulegen und stelle einen einfachen Bodenpfalz her, habe das Material umgelegt und dicht geschlagen und dieser den einfachen Bodenpfalz hergestellt. Hier sieht man nochmal das Papier hier drin, das Dichtungsmaterial. Diesen Topf habe ich den doppelten Pfalz hergestellt. Wer das machen möchte, muss darauf achten, dass er hier zwischen Materialstärke und Luft gibt. Ansonsten bekommt man nicht diese sieben Millimeter, diesen doppelten Pfalz. Ich möchte hier nochmal, dass man nur rein sehen kann, hier das Papier, das Dichtungsmaterial. Dieser Topf bekommt noch einen Henkel, den werde ich aufnieten. Und jetzt möchte ich zur Dachwende kommen. Diesen Rinnboden an der Dachwende, das habe ich genauso gehandelt, wie hier gezeichnet. Ich habe einen einfachen Bodenpfalz hergestellt. Also ich habe die Dachwende geschweift, aufgesetzt, Boden angezeichnet, den Boden geböppelt. Danach Dichtungsmaterial eingelegt, das Material, wie gesagt, umgelegt und dicht geschlagen. Meine Naht, meine versetzte, benietete Naht, das habe ich so gehandelt, indem ich die Wolves von der Dachwende ineinander geschoben habe, die 30 Millimeter, ich habe darauf geachtet, dass ich in Flussrichtung arbeite. Nicht, dass das Wasser später mal gegen diesen Stoß läuft. Dann habe ich das Dichtungsmaterial, also das Papier, eingelegt und die Dachwende straff zusammengezogen. Und danach versetzt, die Niete. Ich könnte diese Kante schweifen, indem ich mit dem Schweifhammer auf einem winkeligen Stahl das Material so getrieben habe, wie ich es haben möchte. Ich habe an meinem Boden die Bördelkante hergestellt, indem ich mit dem Holzhammer über mein Bördeleisen das Material getrieben habe. Ich werde den Henke mit meinem Töpf vernieten. Ich habe gebohrt, habe meinen Niet durchgesteckt und gehe jetzt mit dem Nietzieher drauf, damit sich das Material anlegt. Danach werde ich den Niet so weit kürzen, wie ich ihn haben möchte. Und danach vernieten, so habe ich es mit der Dachwende auch gehandhabt. Ich werde den Nietkopf so formen, wie ich ihn haben möchte. Ich habe in meinen Töpf Wasser eingefüllt, denn ich habe von Dichtschlagen gesprochen. Ich habe auch in die Dachwende Wasser eingefüllt. Ich möchte dazu noch sagen, am besten eignet sich Dichtungsmaterial, wenn man Löschpapier oder wenn man Ölpapier einlegt. Ich möchte auch in meinen Töpfel machen. Untertitelung des ZDF, 2020